Gut, dann haben wir auf alle Fälle schon mal das geschafft. Ich meine, hier die Dinger, ich weiß nicht, die bringen wir vielleicht jetzt gleich weiter, wenn es hier dann... Sollen wir hier noch eine Leiter machen vielleicht? Hauklotz, Plattmachfalle oder so. Schmelze. Plattmachfalle. Wir brauchen Pilzstamm einmal, aber Steine fünf. Ich weiß gar nicht, wo hatten wir denn Steine hier? Ach, hier hinten, ne? Da würde ich jetzt aber nicht wollen, dass die da hinlaufen. Das ist noch ein Erzbrocken, so wie das aussieht. Und die Brauerei läuft. Auf allen Turen. Schau mal, ich speichere mal... äh, speicher, sag ich. Ich spüre mal kurz ein bisschen nach vorne. Mal gucken. Ich habe gar nicht mehr so auf dem Schirm, was wir überall machen konnten, aber ich hoffe, dass wir irgendwo jetzt wirklich so eine Dampfmaschine produzieren können. Zack, zack. Ist das Whisky? Ja, ist Whisky. Zack, 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 zack. Gut, dann haben wir das. Hier können wir... Oh, das Luxusschlafzimmer. Ja, genau. Die wollte ich noch erforschen, alle. Genau, dann haben wir nämlich das Industriefohnzimmer. Das haben wir gemacht. Bad. Mittelalter Bad. Das war so klein und putzig irgendwie. Dann gucken wir uns mal ganz kurz die... Schreinerei an. Der Aufbau, ehrlich gesagt, das hat so ein bisschen was von einer Kirmes irgendwie, finde ich. So Stück für Stück, so tack, tack. So, wir machen ein Dojo, ein... Oh, wir haben noch gar kein Theater gemacht. Fällt mir ein. Stimmt. Leute, wir brauchen Theater. Hier. Cool. Oder haben wir doch irgendwo ein Theater und ich hab's bloß noch nicht gemacht. Nee, das war die Dreherei. Moment. Mal ganz kurz durchgucken. Nö. Achso, hier war eh nur Essen drin. Nee, Moment. Hab ich gleich. Nö. Und wir haben einmal das Luxusschlafzimmer erfunden. Das ist cool. Äh, das Luxusschlafzimmer... Wann was denn? Achso. Hier dominiert Kristall und Glas. Äh, äh, Kristall und genau, Glas. Gold. Meine Fresse. Bisschen, bisschen protzig schon fast, ne? Hamster, äh, Perser-Teppiche gibt's. Und Kleiderschränke. Kleiderschränke. Okay, interessant. Wo waren wir jetzt? Achso, er baut auf. Ach, cool. Schön. Schreinerei. Kannst du das gleich mal bauen? Luxusschlafzimmer. Industrie-Schlafzimmer. Jo, jetzt müssen wir dann wirklich gucken. Weil der Rest ist ja alles Industrie, Industrie, Industrie. Dass wir hier wirklich auf Luxus ein bisschen hochgehen. Ich hoffe, die hat dann so ein bisschen mehr. Na, ihr wisst schon. Service 15, Alchemy 5. Ah, haha. Wie hab ich Alchemie machen können nochmal? Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Wie ging Alchemie zum Lernen? Produktion, Summe, Metall und Alchemie. Schau mal, hier. Wir haben Alchemie maximal bis 3, bis 4. Kann es sein, dass Alchemie Heiltränke? Kann das sein? Gehen wir bis auf 9 hoch. Vielleicht bringt er das tatsächlich Alchemie dazu. Ich weiß es nicht. Ich meine, generell würde es Sinn machen, oder? Gut, wir kriegen auf alle Fälle nochmal unser Dojo. Das Dojo würde ich dann tatsächlich mal in Verteidigung dann auch setzen. Weil unsere Verteidigung ist nämlich bei 0. Haben wir aber jetzt irgendwo auch mal wieder einen schwangeren Zwerg? Mein Erb findet es jetzt auch nicht so cool. Also er ist auch noch ein bisschen überarbeitet. Ernährung 46. Ich hoffe, er findet Essen. Wobei hier die Suppen, die sind natürlich auch gut dabei. Warum sind die alle so dauerhaft genervt? Das gibt es doch gar nicht. Habe ich zu wenig Möglichkeiten vielleicht? Das könnte sein, ne? Ich meine, hier schlafen, da will irgendwie keiner mehr. Die gehen nur noch hoch zum Essen holen wahrscheinlich. Was macht der eigentlich? Er hat einfach nur Freizeit. Okay. Sollen wir vielleicht mal gucken, ob er nicht was essen will? Mein Essen hält bei mir zumindest immer mal die Stimmung. Na ja, komm. Hier. Hau rein. Jetzt schauen wir mal, wie geht es dir? Achso, er bringt Bier. Ähm. Ja, die Frage ist, wie machen wir es am besten, ne? Mein Gott, ist das blöd. Warum soll ich denn das hier erforschen? Ich habe die Spiele doch schon. Hä? Was ist denn das für ein Käse? Warum das jetzt nicht mehr funktioniert, weiß ich nicht. Oh, guck. Und hier werden schon mal relativ viele Rohstoffe hingebracht fürs Dojo. Das ist natürlich klasse. Pilzstämme 6. Also bringen wir die Dinge auch weiter. Steine haben wir auf 3. Oh, Steine müssen wir gucken. Wie kriegen wir die... Ach nee, warte mal. Wir haben hier noch einiges an Steinen drin. Hier hätten wir wahrscheinlich auch noch Steine. Oder ist das Erz? Na, ich glaube es sind Steine. Na, ich glaube es sind Steine. Naja, egal. Komm schon. Kriegen wir es schon hin. Solange hier keine Trollen an der Türe klopfen. Warte mal, wo hat... Ach, hier. Hier wollte ich noch eine Leiter. Machen wir noch hier dazu vielleicht. Die Leiter hier drüben, die steht ja. Ich könnte hier nochmal so ein bisschen nach links graben. Dann könnte ich nochmal... Na, nee, weißt du was? Ist egal. Wir müssen... Hauptsächlich doch müssen wir eigentlich fast. Weil wir brauchen nochmal ein Dojo. Wo ist hier hin? Eigentlich müssen wir fast mal gucken, wo es da lang geht, ne? Achso, aber hier war irgendwo noch eine Spinne herin, glaube ich. Apropos. Die... Wo haben wir es denn? Kann es sein, dass der Älteste immer ganz oben ist? Und die... Und die Jüngsten wirklich ganz unten? Ich muss jetzt nämlich echt mal gucken. Die... Das ist der Tarek. Isabel... Die Rose hat immer noch nicht gelernt. Engel... 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 Stimmt nicht. Oder bilde ich mir das einfach nur ein? Weil irgendwie... So wirklich dazulernen... Tun sie nichts? Normales Kung-Fu-Training. Wir haben hier noch einmal normalen Schwertkampf. Zwei-Hand-Kampf-Training. Schusswaffentraining und Verteidigungstraining. Jetzt ist mal kurz die Frage... Warte mal, ich gehe mal kurz zu ihr. Ich würde echt mal gerne gucken. Das muss ja irgendwo ein Skill dazu bringen, oder? Ach Gott. Weißt was? Natürlich, es geht nicht, weil hier die... Die Ding voll ist. Hier. Das hier. Die Summe ist voll. Deswegen leeren die Kaspar nichts dazu. Die Frage ist nur, wie kriege ich das wieder hin? Ich brauche neue Zwerge. Ich wollte jetzt aber trotzdem mal ganz kurz gucken. Wo war hier die... Tarek Isabel? Ja, das ist Giovanni. Achso, hier ist Delfin. Moment, hier. Ah, guck. Sie ist wieder sichtbar. Also keine Ahnung, was es liegt. Vielleicht liegt es auch an der Kiebe oder so, dass es immer verschwindet. Weiß ich nicht. Ja, fein. Guck mal. Und ich bin jetzt auch gespannt hier aufs Theater dann. Wenn das dann so weit ist. Inwiefern die die Zwerge wieder so ein bisschen beglücken. Mal, ich will eigentlich den Zwerg kurz anvisieren. Okay. Sie holt Steine scheinbar. Achso. Oh Gott. Ne, weißt du was? Leute, ist tut mir leid. Ich habe gerade daneben gedrückt. Mann. Arbeite bitte hier weiter. Willkommen sie wenigstens ein Skill? Auch nicht. Wie? Hä? Wie kriege ich denn Skillpunkte dazu? Schau mal, sie hat jetzt hier einen Skillpunkt verloren. Komm, hau nochmal rein. Bitte. Okay. Das scheint sie zu machen. Jetzt bin ich gespannt. Nö. Hm. Habe ich mich da getäuscht? Dann wechseln wir mal auf Einhandtraining vielleicht. Woran? Erkenne ich? Kampf. Ach hier. Kampf. Ah ja. Okay. Also wir haben hier zumindest bei ein paar Zweihänder gelernt. Das ist gut. Die Rose allerdings, die war noch kein einziges Mal hier beim Trainieren. Kein einziges Mal. Die Frage ist, wie kann ich sie dazu bringen, hier zu trainieren? Zwei, vier. Oder brauche ich erstmal Kung-Fu vielleicht ein bisschen vorher trainiert? Naja, wir gehen jetzt erstmal kurz auf Kung-Fu. Ja, wobei die Rose hat aber sieben. Wir müssen tatsächlich schon hier bei Zweihänder bleiben. Das hilft nichts. Wir müssen jetzt wirklich gucken, hier so ein bisschen vorwärts zu kommen, denn wir brauchen auf alle Fälle, ups, einmal hier das Luxus-Schlafzimmer. Wer es hinbringt, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Zwei Hamster, vier Kristall brauchen wir auf alle Fälle und Pilzstamm brauchen wir einen. Und sie hier hat wahrscheinlich Feierabend gemacht. Schau mal, ich spule mal kurz ein bisschen vor. Ah, beziehungsweise, nee, hilft gar nichts, weil ich habe keinen Platz fürs Dojo. Oder habe ich noch Platz? Achso, ne, hier oben. Na, ne. Das Dojo, das müssen wir auf alle Fälle irgendwo hier noch mit integrieren. Von dem her wäre der Platz hier unten gar nicht so blöd, ne. Schau mal, wir haben hier. Na, komm, geh runter. So viel Platz, um Zeug hinzustellen. Hier und dann geht es hier noch weiter. Ja, schwierig. Wir müssen auf alle Fälle Stück für Stück, ich, warte mal, ich speichere es natürlich erstmal kurz. Sofern das Spiel mich lässt, so. Gehen wir einmal auf die normale Sicherung zurück. So, dankeschön. Lageraufzug. Eins, zwei. Wir machen mal zwei Aufzüge. So, jetzt müsst ihr euch aber noch so langsam wieder alle mal ein bisschen glücklicher fühlen. Das gibt es ja gar nicht, schau mal. Stimmung ist bei ihm bei 45. 47. Er steigt halt wirklich extrem langsam, ne. Hier oben gibt es Essen. Naja, für das hier habe ich leider so gar keinen Platz. Da müssen wir vielleicht doch einmal hier noch so lang graben. Weil ich muss wirklich gucken, dass ich das Dojo so ein bisschen unterbringe. Naja, hier passt natürlich nicht rein. Dann müssen wir eventuell wirklich gucken, ob wir nicht die Schule umversetzen. Weil die hat auf alle Fälle Platz da unten. Und so oft wird sie auch nicht gebraucht, das muss man auch sagen. Wir haben jetzt aktuell eh keine Kinder. Dann können wir den Betrieb hier sowieso mal einstellen. Dann hängt nicht immer hier ein Zwerg rum. So, jetzt bin ich gespannt, ob hier gleich ein Zwerg kommt, der wohl hier so ein bisschen ausgräbt. Zumindest hoffe ich, dass jemand kommt. Nö, keiner. Ich bin schon mal froh, dass ich sehe, dass die Zwerge hier oben Training machen. Aber scheinbar sind sie jetzt alle wieder deutlich, deutlich glücklicher. Wo haben wir eigentlich die ganzen Schwerter? Warte mal kurz. Mir kommt nämlich gerade was. Wir haben ja hier noch einmal eine Keule. Achso, hier ist noch ein Schwert. Einhänder, acht brauchen wir hier. Zwei Händer. Er hat noch gar nichts, dann soll er das mal kurz mit aufnehmen. Sie hat beides. Sie hat auch zwei Reithamster, natürlich. Alles klar. Braucht man auch unbedingt. Falls der eine Arsch zu dick wird, brauchen wir für einen zweiten noch einen zweiten. So, wer hat jetzt keinen Du? So, vielen lieben Dank. Einhänder, Zweihänder. Keule, jo. Tja mal, soll einmal kurz das hier lernen vielleicht. Mal gucken, was das alles dazu bringt. Oh, guck. Er hat Einhänder gelernt. Mein Schwert und dich. Dann hau mal hier, äh, tut nicht weh, glaube ich, heißt das Schwert hier, ne? Ne, genau, tut nicht weh. So. Voll schön. Dann sollen die den hier rübersetzen. Hier ist auch nochmal was. Auch Einhänder. Acht, Leute. Acht. Sollen wir vielleicht doch noch kurz hier auf Eins gehen? Weil gefühlt haben wir definitiv mehr Einhandwaffen. Jo, schade, dass wir hier nichts haben, ne? Service 15, Alchemie 5, Nahrung 25. Da müssen wir echt gucken, wie wir das ein bisschen hinbekommen. Ich meine hier, weiß nicht, was wir hier dann skillen. Die Dreherei. Braucht man Dampf. Woher auch immer. Cool. Schau mal, wir haben hier auf alle Fälle schon mal einen Aufzug fertig. Das finde ich tatsächlich sehr gut. Cool. Am liebsten würde ich schon mal mit ein paar Zwergen runterlaufen. Da muss ich dann echt mal, echt mal gucken. Aber ich glaube, ich mache das beim nächsten Mal. Ich muss jetzt dann echt mal gucken. Wie wir generell weitermachen. Ich habe jetzt noch ein bisschen was im Hinterkopf zu überlegen. Aber, jo. Mir lässt es mich keine Ruhe, dass wir hier... Tja, das dauert mir irgendwie alles so lang. Und ob das dann hier reinpasst, ich glaube, wir müssen ein bisschen umstrukturieren. Ich glaube, wir müssen tatsächlich erst mal runter, dann die Dinger platt machen. Und dann wieder hochlaufen. Aber mal gucken. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich mache eine Aufnahmepause. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich sage danke fürs Zugucken nochmal. Abonniert nicht vergessen, Glocke aktivieren und Daumen nach oben da lassen. Also, haut rein. Ciao.